hallo und herzlich willkommen zu world of warcraft mit unserem braumeister mensch und unserem neuer cooler stangenwaffe die scheiße aussieht aber besser ist und wir machen jetzt nämlich wir meditieren hier machen wir die questreihe hier und machen unsere ausbildung als bildung fortsetzen dann war jetzt nächsten part dass das dungeon tanking dann schon getehen gehe ich hab bock drauf ist also ein bisschen ja schau mal wie lange dass das noch mehr hier mit mit letztem mal aus mit da waren weil hat sie nicht so lange gedauert bei nur einem halben part deswegen werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen questen und so weiter aber alles dann sehen und schon da hat man ein die die 7 8 generation das nach sich gtx gtx nee die force und hat so lange so krass lange also mein freund groß meister ich hoffe ihr hattet eine an willkommen aber es ist zeit ausbildung fortzusetzen schön dass ihr wieder da seid doch ich sehe ihr seid zurückkommen um eure fähigkeiten zu verbessern brech mit meister chen auf dem ausbildungsgelände unter uns um einen übrigen kampf einzuleiten leuchten und spekt man sich schenken danke euch mit dem weg meister chen kann jetzt hier einfach nach ort gehen ich habe müssen noch nach donnerfalls gehen das ruhig hier habe ich so das gefühl ah da ist er ok das habe ich noch nicht angesehen aber die ziel feueratm ist hier vom pass betroffen sind dann außerdem doch meister chen freut mich dich kennenzulernen nein ich bin der andere chen wir sind nicht verwandt ja ich bin ein mensch auch wenn ich immer davon getrennt habe ein dämonenjäger zu sein ich möchte euch herausfordern also mensch sind eure reflexe für euch von größerer bedeutung oft ist das talent der schnell bewegung schnell denken dass euch das leben rettet haben wir mal gut ein mega stangenwaffe auf dem rücken hi panda da la 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 beugt von mir um anzufangen ja da haben da war ja was ne ich brauch die kugel lasst mich kugel jetzt brenn du nimmel und jetzt schmürzel die würzeln kein problem gut gemacht vergesst nicht dass ich ein schneller verstand und körper das leben hätten könnte was das schon ich überlege nämlich gerade wieder dann schnappt nach hinten dran hängen aber ich weiß noch nicht ob das jetzt alles war aber es ist nicht wenn sie dieses schenken hat mir berichtet das herausbildungsverlauf es geht zurück wenn es zu 50 fortsetzen was das jetzt dann technik wirklich damit ist ein mönchslehrer was bringst du mir bei ok das hat sich ja gelohnt gut dann suchen wir mal was und sehen wir uns im dungeon wieder aber ich muss nicht mal cutten freunde damit zwar noch im zusätzlichen ladebildschirm aber das ist ja zu schimpfen nicht so schlimm ja gut und schon ein bisschen schneller so ok andere teil der anfang als sie ich bin der am führer ok zack 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 nehmen wir die quest an und gut los geht's in den weg nicht freunde wo geht es denn hier lang ich pull mal kurz ich pull mal ein wenig die brennen noch alle jetzt ah das ist nice 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 okay i see i see what i did oder musst du und so weiter muss ich das eisengebräu nicht vergessen alter nimm ein anderes pad das geht ja wohl nicht der magro zieht aber moment kriegen wir das noch hin ah hi na was geht bei dir alles gut alles töffte du brennst jetzt zu baum ouchi ich habe keine ahnung wo es hier weiter geht freunde macht einfach dinge einfach dinge tun die hoffentlich ups das wollte ich nicht ich wollte eigentlich diesen brennst du kennst den weg du kennst den weg ok den folgen gehen wir schön den weg der vorgesehen ist ich bin aus reichweite ich muss pullen pullen oh mein gott zu much agro ne nicht agro meine ich zu much image aber geht alter das gebräu du ich bin gestalt können wir den kurz rein ziehen so und hier frisst das aber haben wir noch hingekriegt alles nice 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 da ist ein goblin bei mich kurz dann nehmen wir diesen dran und wie man den auch nennen soll ich weiß es nämlich nicht niemand die nennt wie man das ausspricht sagt man so aber das weiß so ziemlich niemand ähm hier denk ich mal das andere ist nur ein bisschen nerviger weg gut zapp zapp ich krieg gerade ein bisschen viel damage liebe freunde das ist äh okay okay aber es gut es geht es geht es gut was zum fick warst du da hör auf meine freunde anzugreifen das sind meine freunde ja da hat er gepult äh wo ist das akku das ist akku das ist immer oh mein gott ah ich krieg das hin ich krieg das hin alter langschwert äh was machst du hier okay da kam einfach ein limmel von nix aus dem nix mein ich da kam der einfach so rausgeflogen was haben wir für einen healer level 32 ja das ist nicht gerade so ich bin außer reichweite brennt brennt äh upsala what 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 okay ich muss dann doch wieder anders ein flachen damage so gang halt weg ah da ist der boss okay jetzt sind wir ready wer hat den gepult wer hat den limmel gepult hier ich hab keine ahnung was du machst aber du kannst irgendwas also du kannst bestimmt was aha okay i get it i get it super brenn brenne aber viel damage macht er nicht hab ich so das Gefühl so klein wie eh nicht das Gefühl aber sonst ich kann dasselbe wie du du dummer goblin du schon ein bisschen komisch wenn er auch was 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 weinen kann hopp brenne 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 also er ist nicht so spannend glaub ich hab ich so das Gefühl tot oh ein ring cool ein ring 30er ring kann weg so geht's jetzt weiter ja hier ok i get it ich hab's verstanden war ein bisschen weh oh mein es ist gerade ein bisschen viel oh mein gottnis heal nein nicht anwesend ok heal nicht anwesend da hab ich jetzt wirklich ich hab am meisten gehealt danke wenigstens röste ich hab ja gepennt und hier sind wir alter ich hab mich gerade verarschen ich brauche ein Ziel na gut geht's ihr habt's geschafft alles gut alles gut aber ich hab wirklich jetzt ähm wie pullen wir jetzt das komm mal her kann ich hier komm schon fress das was warum hat der Alkohol verlimmel hier ähm ja gut ne ich hab Alkohol so halbwegs wird ein bisschen cooler okay mhm der heal ist nicht gerade so optimal kann irgendwie sein hier also es ist nur mein Gefühl ne ich weiß nicht ich bin nicht der main tank der der nur tankt und nichts anders kann deswegen nicht mir das nicht übel wenn ich mal irgendwie was falsches sage oder falsch liege ihr könnt mich immer gerne dazu äh dazu was verbessern oder in die Kommentare schreiben wenn ich irgendwas anderes besser machen soll wenn ihr wisst wie es besser geht schreibt es einfach schreibt es einfach rein bin ich böse oder sowas wenn ihr mich verbessert da hab ich jetzt wieder zufrieden das Gebräu gezogen ne das ist ein bisschen kökke jetzt kann ich mein Kügelchen nicht fressen so und zuck mhm 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 was ist das glaube ich wieder oder geht nicht ok jetzt kann ich ein bisschen slow kack slow ah das war ein Gift nicht ich wollte diesen hier soo hier fress das dieses Gift ne das ist halt auch gerade ein bisschen nervig komm her ich hab gesagt komm her komm da wäre der Felix hergekommen es ist zu weit entfernt so 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 polymec kohlenstein komm mit den einzeln das ist also schon ein bisschen kacke ne das 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 äh wurzeln das verwurzeln ich hab übrigens das Gefühl dass vielleicht werde ich es auch in halbe Teile schneiden ne mit dem diesen Part hier wenn es zu lange dauert aber das werdet ihr dann gesehen haben oder sehen werdet wenn es dann soweit gekommen ist also nicht erschrecken wenn es auf einmal es jetzt einen Cut gibt oder so ich werde es sehen ich werde es sehen wenn es dann soweit ist na cool dann kurz abwarten geht doch nicht dann gehen wir los ich weiß nicht was du kannst deswegen ok ok nein 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 hier oh mein Gott komm her ich wollte dich haben noch uff 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 oh mein Gott brennt so ah die sind tot ah ne da ist er ne 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 komm her holt ihr dich so gut haben wir das und jetzt brennen und es läuft ich hab zwar viele Staffelungen gerade aber ich kann es alles gut noch managen ich weiß nicht was du magst deswegen ziehe ich dich bisschen weg so sicher ist sicher wie der mich jedes Mal Stunt man ist schlimm so was schlimm schlimm der Stunt ist gefährlich für mich Da ist er, da Also das war's schon Okay Ne, war's noch nicht Hab ich was gekriegt Doch, das war's, hä Äh Okay Geht's weiter, oder Fertig, Freunde Ja, gut, ne Äh, dann Denk ich mal, ups Was ist das für diesen Part Dann machen wir mal Ne, das ist schon fertig Kann ich besuchen, ne Okay, wir haben noch einen Healer Äh, dann war's das Für heute Dann sehen wir uns Nächster Part wieder Äh, bis gleich bis zum nächsten Mal Tschüss .